2017 wird FISMAN 100 Jahre alt. Es ist ein schöner Anlass, auf die zahlreichen Erfolge dieses Familienunternehmens zurückzuschauen. Wir wollen Wehgefährten von gestern und heute danken. Doch vor allem geht unser Blick voraus. Auf in ein neues Jahrhundert. Die Begeisterung für Neues steckt in unserer FISMAN-DNA. Es ist, woran wir glauben und woran wir täglich arbeiten. Und es ist unser Anspruch, gemeinsam voranzugehen, weil wir es können. 2017 feiern wir ein großes Jubiläum. Es ist ein Jubiläum zum Mitmachen. Es wird viele Chancen geben, selbst aktiv zu werden. Wenn wir in Jahren zurückblicken, dann werden wir 2017 als Zeit des Aufbruchs erinnern. Als ein erfolgreiches neues FISMAN-Jahrhundert begann. Und wir sind alle ein Teil davon. Auf in ein neues Jahrhundert! Du wolltest mich sprechen? Ich habe einen Brief an den Mitarbeiter geschrieben. Und jetzt hast du Probleme mit deinem Mail-Programm? Was heißt Mail-Programm? Oh nein!